Willkommen zurück zu einer neuen Folge I Am Alive in Hamilton. Ich habe mir mal so ein paar Gedanken gemacht, wenn ihr die letzten Parts verfolgt habt. Ich soll ja immer noch eine Tomate und Zigaretten finden. Und da war ich mir so ein bisschen Gedanken, weil die Batterie jetzt bei dem einen Typ, dem ich im letzten Part geholfen habe, die Batterie war ja direkt im Prinzip bei denen. Und da ist ja die Zigaretten, äh die Tomate und da hinten sind die Zigaretten, ne da hinten um die Ecke sind die Zigaretten. Und das war jetzt alles wie gesagt direkt daneben dran. Und deswegen mache ich mir ein bisschen Gedanken, weil ich nicht weiß, wo die Zigaretten sind. Ich hätte jetzt mal da vorne runterrutschen können, ne? Dann müsste ich aber nochmal da hoch. Jetzt bin ich schon zu weit. Ich gehe jetzt zum A. Ich muss mal hier den Level vorbei zu Ende bringen. Also diese Rumlauferei hier. Mein Kaffee ist kalt. Verdammt. Wo kam ich denn hier runter? Hier muss ich runter, ne? Ja, hier muss ich runter. So, jetzt muss ich gucken, ob ich hier wieder hochkomme. Das ist ja eine gute Art. Ja, hier komme ich doch nicht mehr hoch. Hä? Da hat sich da jetzt was verändert. Dass ich da irgendwie weiterkomme, da muss ich schon gucken, weil hier komme ich nicht hoch. Ach ja, jetzt habe ich ja den Haken. Vielleicht deswegen komme ich jetzt hier irgendwie mit dem Haken weiter, dass ich nicht auf die andere Seite mich schwingen kann und weiß es nicht. Ja, da, 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 da die Laterne. Und dann kam ich da hoch. Ja, okay. Ach, guck mal. Die Kamera fährt zusammen. Extra oben hin. Ich drück schon mal vor, weiß nicht. Oder... Okay. So, ich denke mal, dann muss ich jetzt wieder hier hoch und dann gucken, ob ich da oben irgendwo... ...mich mit meinem Haken hochziehen kann. Und das hier war es am Anfang auch schon. Ich glaube nicht, ne? Ne. え? Hey. Hey, warte... No. 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 Uh, zumal. Please. Uh, um. Ich habe das Buhl. Hey, hey! block. Ah, okay. Okay. Just whatever you want, apple. Papa, gehe runter. Please. Uh, um. Ich habe das Buhl. Don't shoot! Ja warum, wenn du nicht runter gehst, wenn ich mich umgedreht hätte, wäre es auf mich zugekommen. Hier geht es weiter, aber ich gucke hier erstmal, also einmal Schmerzmittel. Jetzt müssen hier so Painkiller liegen oder so, äh, Painkiller, ich habe schon gerade gefunden. Zigaretten. Ne, leider nicht, schade. Das sind nur einmal Schmerzmittel. Naja. You killed me, why? Steht da mit der Machete, ne? So, da sind wir wieder. Okay, oh, die haben alle drei Pistolen oder was? Hey, watch out! Oh, my God, grab me! Oh, shit! Hey, guys, he's pointing his gun at me. You don't really want to do that. Killing us isn't gonna change anything. Please don't hurt us. Don't shoot us. What the? Watch out, boys. Anybody, please help us. We don't want to die. Help. Help. Please, don't let me die. Tut mir leid. Help. Tut mir leid. Okay. Zwei Kugeln wieder. Jetzt ist ja nichts Neues dazugekommen hier. Ich sehe, wie da irgendwas liegt. Ne, leider nicht. So. Zurück zu me. Da. Jetzt muss ich bestimmt... Ne, da stand der jedes Mal, ist noch zu früh. Naja, lass dich mich mal überraschen. Also die Hauptpriorität ist ja jetzt erneut hier den Opfern zu helfen. No, das ist wirklich. No, das ist wirklich. No, das ist wirklich. Du bist zurück. Ich bin jetzt auf der Karte. Ich habe sie versucht, die Medizin zu finden. Sie hat mich sehr daran daran erinnert. Ich bin sicher, dass sie gute Freunde sind. All right. May, May, come over here, quickly, now. I want to sleep. Now we have to go to the U-Bahn, I think she is okay to move, we need to get out of here. Okay, bring May to my apartment, but use the subway, if you take her out of the street, we will start coughing again. Now go. Now we have to go to the U-Bahn, I have to think of something. I have to go to the U-Bahn, I have to go to the U-Bahn, I have to go to the U-Bahn, I have to go to the U-Bahn. From the Mall Station, follow Line 4 and take the exit for Crockett Street. You can't miss it. It's in much better shape than almost anything else in Heaventon. Find a way down to that subway station below. Gut. Nichts hier vergessen? Nein. Gucken wir grad mal die Karte. Ja, wir müssen ins Untergeschoss, das ist klar. Da war ich ja auch schon mal. Leute, ich mach mal ein kurzes... So, weiter geht's. Du hast eine Daughter die gleiche ähre als ich? Ja, ich mach mal. Wo ist sie? Ich weiß nicht, May. Ich kam zurück in Heaventon, um sie zu finden. Also... Well, seitdem du mir meine Mutter gefunden hast, werde ich dir deine Daughter finden. Danke, May. Das wird eine große Hilfe. Ja. Wie jetzt? Hakenpunkt? Echt? Aha. Hier oben war ich wohl noch nicht, ne? Ich weiß es nicht mehr. Eigentlich hab ich gedacht, ich müsste jetzt weiter runter gehen. Schaut, hier hätte ich doch mal was liegen können. Och, hier ATM, endlich mal ein bisschen Kleingeld holen. Wie? Findet man hier aber auch nicht so viel? Wie geht's nicht weiter, oder was? Wollt ich schon übersehen? Ich hätte irgendwo etwas übersehen. Hier. Hier. Hier ist dann was aus, als wäre ein Haken. Ah, doch siehste. Hoch oder runter? Oho, hoch. Guck mal an. Da kommen wir auch noch irgendwo hin. Wir gucken uns erstmal schön um. Da liegt doch was, siehste. Ist das? Ein Kletterhaken. Wie viel haben wir davon eigentlich jetzt? Vier Stück. Schade. Hier hätte ich auch noch was schön liegen können. Das war's hier oben, ne? Ja. Na gut, dann gehen wir runter jetzt. So. Ach, hat er gesagt, wenn er seine Taschenlampe angemacht. Jetzt sind wir ja schon direkt unten in der U-Bahn. So. Na also. Jetzt lädt er sich wieder ein Wolf. Ja. Man muss die Ressourcen erstmal finden, ne? Gegner zu überraschen ist eine gute Strategie. Naja. Momentan. Ich drücke auch immer auf Select. oder Back. Bei der Xbox Steuerung. Och komm mach. Mal kurz Stopp. So. Da sind wir. Zu Henrichs Wohnen gehen. Karte aktualisiert. Schon kommen wir einmal zurück. Schauen wir nochmal auf die Karte. Hier kommst du mal hin quasi. N Y. Genau. Y Y. Der Part ist auch bald schon wieder vorbei. Boah. Mal rauszoomen. Ja da vorne. Also da ist wohl. Hier. Genau in der Mitte. Das ist dann wohl der U-Bahn Haltepunkt. Aha. Da kommen wir bestimmt raus. War das Golden Garden? Ich weiß es nicht. Könnte sein. Was heißt ich weiß es nicht? Ich weiß es nicht. Das ist der andere Weg hin. Ja bestimmt nicht. Also dann ist es bestimmt dieses hier. Dass wir da hin müssen. Second Avenue. Ich weiß nicht mehr was hier war. Zwischen hinterm Waters Edge Hotel. Ach. Das war dieser kurze Übergang. Ja genau. Hier habe ich die Medizin geholt. Wobei man noch gesagt hat. Hier kommen wir noch nicht weiter. Richtig. Gut Leute. Bevor wir hier runter gehen. Der Park ist vorbei. Sag ich mal wieder Danke fürs Zuschauen. Und. Warte mal. So. Pause. Ja. Und. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin. Ciao. Sag der Folge.